Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkt-Test. Heute stelle ich euch den Greylife leisen Turmventilator vor. Den Link zum Produkt mit Rabatt und Kundenbewertungen findet ihr in der Videobeschreibung. Der Greylife Turmventilator ist ideal für heiße Sommertage und sorgt für eine angenehme Abfüllung. Mit seinem leisen Betrieb stört er weder euch noch eure Nachbarn, was ihn perfekt für den Einsatz im Schlafzimmer oder Büro macht. Ein besonderes Merkmal dieses Ventilators ist die oszillierende Funktion, die eine gleichmäßige Luftverteilung im Raum gewährleistet. Zudem bietet der Ventilator mehrere Geschwindigkeitsstufen und Modi, die ihr je nach Bedarf einstellen könnt. Der Greylife Turmventilator verfügt über eine praktische Fernbedienung, mit der ihr ihn bequem von überall im Raum steuern könnt. Das schlanke und moderne Design passt in jede Wohnumgebung und benötigt nur wenig Platz. Zusammengefasst bietet der Greylife leise Turmventilator eine effiziente und leise Lösung für eine angenehme Raumluft. Wenn ihr nach einem leistungsstarken und benutzerfreundlichen Ventilator sucht, ist dieses Modell eine ausgezeichnete Wahl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für weitere Produkttests. Bis zum nächsten Mal.